Nein, 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 Kumpel. Ich bin ein Idiot! Ein blöder Volkpfosten. Das gibt's doch gar nicht. Die schwierige Stelle so krass gemeistert und dann zwei dämliche Aktionen hintereinander. Willkommen zu Let's Play Paper Mario 3D Land. Ein Fan-Game von DJ Koko. Das Ganze ist zwar schon etwas mehr als ein Jahr draußen, aber trotz größter Lust hat es sich nie wirklich angeboten, dieses Fan-Game zu spielen. Ich weiß nicht, wann er tot ist. Ich denke, wenn jeder Einzelne besiegt wurde, oder? Warum habe ich jetzt drei Leben verloren, bitte? Erzähl mir das mal. Ich war doch auf diesem blöden Ding noch drüben. Komm! Ja, nice! Komm runter, du Idiot! So, und jetzt werde ich euch umbringen, damit ihr Bescheid wisst. Komm, einer noch, glaube ich. Zwei. Der eine noch! Das ist Betrug! Ich werde das nicht akzeptieren. Die Anzeige wird rausgehen, wenn ich jetzt sterbe. Komm her, Mann. Komm her! Ja! Dieses Spiel! Oh! Ich habe es schon am Ende des letzten Parts gesagt, aber ich finde es unglaublich, wie etwas so unfair, boxschwer und gleichzeitig so episch sein kann. So, haben wir noch Zeit für die Münzen? Na klar, haben wir noch Zeit für die Münzen. Schlüsse, ich bin nicht Geldgeil. Ah! Als ob! Ja, toll. Das konnte ich jetzt aber auch nicht so wirklich erkennen, dass da ein Abgrund war, ja? Beziehungsweise, mein Gut, das war schon ersichtlich, dass der da ist, aber ich dachte, ich könnte an der Stelle auf die Plattform drauf. Kann ich aber nicht. Ich habe genau eine Chance, ne? Genau eine Chance, Freunde! Meint ihr, das klappt, wenn ich da rein springe und sofort rausspringe? Boah, ich habe Schiss. Alter, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht, Alter, das klappt nicht. Aha! Ich habe so Angst! Nein! Es war so klar, es war so klar, dass das geschehen wird. Es war einfach so klar. Boah. Was? Was? Die Zeit ist mir ausgegangen! Ihr könnt mich mal! Das ist ja wohl unfair! Hallo? Alter, wenn ich das schaffe, ne? Was? Da in der Mitte erscheint kein Block? Oh, übel. Warte. Ich bin ein Lackaffe! Alter, ich bin der letzte Lackaffe! Wie kann man das so verkacken? Das kann nicht wahr sein! Ich bin so gut wie tot! Ja gut, es hätte jetzt vielleicht nicht auf diese Art und Weise passieren müssen, aber naja. So sparen wir wenigstens ein bisschen Zeit, weil ich denke nicht, dass ich das geschafft hätte mit einem Leben. Was ist da? Ich habe ja auch schon alle Sterne eigentlich. Wie bitte? F***! Die scheiß Zeit ist mir ausgegangen! Das... Ich... Warum wird einem das denn nicht angezeigt? Das kann doch nicht so schwer sein, die Musik schneller abzuspielen und die letzten Sekunden auf... Verdammt doch mal! Ja, Moment mal, das kann doch nicht gewesen sein, oder? Echt jetzt? Nee. Ach, war klar. Hm? Was soll das denn? Was? Ja, Mann! Ich wollte eigentlich gerade weggehen! Boah! Der letzte Hit hat's ausgemacht! Hehehe! Nein! Ach komm! Fuck! Wirklich jetzt! Oh ne Scheiß! Es geht noch weiter! Was denn nun wieder? Ja, natürlich! Klar! Was soll das denn jetzt? Das ist die einzige Röhre, in die man rein kann in diesem Spiel! Ist es vorbei? Ich habe ein Leben, ne? Ich glaube, es ist vorbei, Leute! Ja! Ich glaube, dieses Mal ist es wirklich vorbei! Also, wenn die jetzt noch einen Modus auspacken, so von wegen, er wird vierfache Super Saiyan oder er verwandelt sich in den Affen, dann gehe ich weg! Ne, es ist vorbei! Ja, Mann! Geil! Hahaha!